Für das tägliche Dusch- und Massageerlebnis gibt es nun den LD-Dusch- und Massageschwamm. Die Anbringung des Haltekörpers ist sehr einfach. Dank des Saugeffekts kann er an allen glatten Flächen angebracht und je nach Anwendung leicht positioniert werden. Somit wird eine optimale Nutzung gewährleistet. Für die tägliche Pflege ist der LD-Dusch- und Massagekörper genau der richtige Begleiter. Mit Leichtigkeit können so schwer zugängliche Körperbereiche gründlich gereinigt werden. Das führt gleichzeitig zu einem angenehmen Schaumerlebnis. Der Pflegeschwamm kann jederzeit aus dem Haltekörper genommen werden, um anschließend den ganzen Körper zu reinigen. Das spart Geld und Wasser. Verschiedene Schwammstrukturen lassen so vielfältige Anwendungen zu. Der LD-Dusch- und Massagekörper bietet eine unvergleichliche Massage im Nacken-Schulterbereich. Entspannung für die gesamte Muskulatur. Mit dem Einsatz des Peeling-Schwamms wird die Haut herrlich durchblutet. Die anschließende Reinigung des LD-Pflegeschwamms erfolgt mit klarem Wasser. Massagering und Schwammkörper sind aus weichem Material und passen sich ideal dem Körper an. Salben und Cremes werden direkt auf dem Schwammkörper aufgetragen und gelangen punktuell an schwer zugängliche Körperzonen. Mit leicht kreisenden Auf- und Abbewegungen kommt selbst die Gymnastik nicht zu kurz. Das LD-Pflege- und Massageschwammset besteht aus dem Haltekörper, zwei Massageschwemmen, zwei Pflegeschwemmen und einem speziellen Schwamm für Salben. Das LD-Pflege- und Massagewärtsfirmaet Das comparing mit einer Zeit der Angst vor dem Schwammkörper, drei Checkm Warmkörper, zwei Mittel пять Malhydratoren in du findest, Haltekörper ers superhero für die Darfда. Diese馬α Playm mistakes med